ja heute gehen wir sicher einmal ins end und ja nehmen wir mit kannst ich habe vor öfters mit den leuten ins end zu gehen vielleicht aber erst ein bisschen später wenn wir jetzt schon gehen ist ein bisschen unfair weil ich ja eigentlich überschreibe es 20 30 beginne ich mit den streams aber wenn ich zeit habe startet schon früher aber ich denke so in der dreiviertelstunde oder so können wir dann eine runde ins end gehen und schauen wir wer da ist schauen wir wer mit will schauen wir wer vielleicht noch nicht dabei war ich bitte euch vielleicht auch mal kurz den text dann unten zu lesen ich habe da extra einen kleinen text zum end gemacht damit man sieht wie ich mir das vorstelle genau ja eigentlich recht einfach ich werde auch in zukunft versuchen mit mit enderperlen zu lösen das ist die währung die ihr dann bei mir sammeln könnt dass man sich dann in den ticket kaufen kann um ins end mitzukommen und dann will ich einfach einmal in der woche entweder dienstag oder donaldstag ins end gehen mit den leuten die sich ein ticket kaufen nach und nach immer wieder alle abarbeiten vielleicht gehen wir auch mal mehr wie einmal in der woche ins end je nachdem was mein mein portemonnaie zu bieten hat das sehen wir dann so der grobe plan da steht nichts was ich schau mal im stream ich zeige dir wie das geht da steht alles und zwar wenn du zu der kiste gehst wo was verkauft ist wenn du auf das schild klickst dann würdest du es kaufen wenn du jetzt aber hier auf die kiste rechts klick machst dann siehst du hier du kannst einmal ein diamantschwert kaufen für 3200 mark es geht noch einmal also es hat noch eins drin und hier siehst du item was verkauft wird diamantschwert gehst du hier drauf steht bahn 4 haltbarkeit 3 und reparatur also set up reparatur drauf und wenn das noch ein bisschen günstiger magst hier oben für 300 habe ich auch noch eins mit reparatur aber ein eisenschwert aber 300 ist ein schnäppchen was helft helft mir meine toiletten in der lobby gehen wir lobby auch alle in den in der lobby geil wie sehen die echt aus sind das köpfe lobby überlastung schau mal wie viele leute in der lobby sind ich werde auch nicht so ich will so eine klopapier rolle sie finden dass ich so eine köpfe sucht funktion wieder wo du geld verdienen kannst ich habe noch kein gefunden du schon doch ich habe einige schon ja gibt 5 und sie ist 70 mark das geld jungs geile idee ich habe gedacht wann das wieder mal kommt und das immer lustig hier ich suche einfach was ich finde und gut ist also ich bin da nicht so ehrgeizig ich weiß nicht ja da hinten im wasserfall hat es doch sicher ein oder da hat es ja direkt hier die hat man vorhin gar nicht gesehen vor lauter leute bin bereit ja wir sind jetzt noch toilettenbier papier am sammeln oder da ja da muss du musst du musst die jetzt sammeln sonst sind sie nachher weg das geht schnell hier ach loll denn den spawnschild ist immer gut das hier musst du den exprester diese rollenclips musst du anklicken hast du geld dafür hat er irgendwas im chat geschrieben ich sehe da nichts mehr und da nicht die 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 aber ich habe noch nicht so viel gefunden ich dachte immer die lobby sei größer ich laufe die ganze zeit gegen barrieren beim end hat es doch immer eins ja es sind etwa drei stücke oder so was aber aber direkt hinter den schilden ist auch einer ganz oben da muss man springen hinter dem schild oder da hat es welche ich habe dich gesehen den baum hashtag 20 habe ich die ganz andere kürzlich ja und wasser muss man bestimmt auch wieder durchgehen oder ja ich gehe nachher auch runter in den raum da hat es sicher wieder welche ich sehe eine klopapier erklärt irgendjemand mal was du heute gemacht hast ja ich habe klopapier gesucht in dem spiel ok in der ich habe die befehl legen wo instanz in weit war das gell da habe ich schon einfach mal dark einladen soll ich dark noch zusätzlich zum schluss einladen kaum das machen wir das mache ich einmal dort aber warte ich habe es ja tiger dann haben wir den plasma dann haben wir den äh xx deathcrafter war das oder ja er hat auch angenommen gut komm ich jetzt schicke ich ich mache das jetzt sieht man von wem man eingeladen wurde ich habe jetzt dark eingeladen jetzt mal schauen ob er an ja unter dem herr wollte ich noch flugstunden geben stimmt er wollte auch mit ach komm wir gehen ein zweites mal sonst wie sieht er auch mit ja sonst geben wir noch eine zweite runde dann auch dark nimmt mich dann der ist afk wahrscheinlich aber aber äh totti ne der ist gar nicht mehr da dann hier und totti von hier vorne auch noch hehehe bist du ready? 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 ähm ich kann Topop besuchen ja du bist immer noch am köpfe suchen oder was? ich bin noch ein bisschen mit Bobby oder? sag mal ein bisschen in Lobby oder? joa klar sollen wir? ready bin ich immer der dart ist auch gut so ready dahinter ist auch noch ein Topop die rolle lol ja die habe ich aber wenn ich jetzt da reingehe dann okay dart ist auch ready dann gehen wir rein 3,2,1 tschüss bereit ja ich müsste ja bald doch fliegen ne? ja 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 und so ja ja also ja ich kann das auch mal mh da was du siehst nix okay du bist gestorben schnell alles auf deathcrafter das wird dann zurückgeben gell deathcrafter kannst du mir das zeugs geben kannst du mir das zeugs geben von von tiger bitte da rein deathcrafter gell wir töten mal den drachen aber stell es bitte in die schalke das wäre lieb nicht dass du da stirbst und dann ist alles weg dann lässt du die schalke da stehen und ich zahle sie nach rein habe es in der ec ok ja dann ist gut oder weiter geht's das sind nämlich wirklich wirklich teure sachen da drin perfekt 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 wenn es in deinem ec ist ist perfekt dankeschön so jetzt noch den schluss und dann haben wir es er zieht sich ein bisschen hier komm mal runter ein xp wo sind die effekt ist einer auch habt ihr eine fackel ich habe eine fackel hier sonst perfekt kannst du mir schnell droppen dacke so wo ist das portal dort ist eh schon drüber hey spinnst du ne der ist noch nicht drüber ob jetzt dann ok ich habe noch ich habe noch dein helm den helm habe ich so ich gehe wieder nach ziehen oder so besten besten ist gut besten ist gut ja ich kann nicht absetzen ein problem hier ich habe mir da auf die uhr geschaut ich habe wieder nicht auf die uhr geschaut ich habe wieder nicht auf die uhr geschaut ich habe noch nicht auf die uhr geschaut ich war gerade am fein ja ich kann schon annehmen wo habe ich den wo habe ich stehen da ist der der tat danke für den follow einfach noch so während dem während dem looten hast du für ohne erst du sonst gestorben das ist aber doof hast du ja schon viel gelootet in der festung hier hat es noch ein bisschen was drin wo gehe ich jetzt rein nee da wollte ich nicht ich wollte da rein was soll denn das schon runter schwebekraft sehr gut 1 1 und ein rein 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 ohne nicht die raketen aber das und das und 3 ja ich weiß ja ihr habt mich nicht gerne ich weiß es ja dann gehe ich wieder so wo war ich denn jetzt überall drin da war ich drin aber da noch nicht da hat es wahrscheinlich nicht wirklich viel drin immer diese schalke im abschießen da recht ist gesindel ich gehe mal weiter nach westen 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 wo ist westen ich glaube der def craft ist ja noch hier ja der hat zu tun da er hat zu tun ja gut zum glück hast du mir das drach nein auch gegeben noch gar nichts heute uff nicht so guter run was war denn mit tiger hast du einfach gar nichts gesehen oder was ne bei mir blieb das also du hast ja kurz so einen anderen bildschirm wenn du auch also so ein so ein der bildschirm was ich meine wenn du das okay das ging nicht weg siehst du jetzt die zurückgehaltene nachricht im chat auch als moderator nö und wenn auch es ok also ich sehe noch alle nachrichten also ja man sieht es aber steht dann erlauben oder ablehnen da was dachte hatte sie noch was hattest du noch so ein item verloren aha weil du nicht genug schnell raus bist schade ja im end muss man vorsichtig sein am anfang habe ich vielleicht zwei vielleicht zwei festungen maximal gemacht einfach schön langsam ihr seid da vielleicht ein bisschen zu schnell unterwegs ab und zu lieber mal ein bisschen langsamer machen und vorsichtig dann klappt das besser das musste ja jetzt sein oder lohnt sich jetzt endstäbe ah stimmt deswegen wurde ich heute so ausgepuppt und entstehen wahrscheinlich wahrscheinlich deswegen das letzte mal wo ich in schalke platziere nachher ist wahrscheinlich ein bisschen knabby der hat sie hat gesagt er hat sie in die ec gepackt dass sie sind so so safe also den helm habe ich aber den rest hat er glaube ich so wie ich das mitbekommen habe auch kommen man wo wo ist denn diese blöde schalke muss ich die jetzt echt zuerst töten hat die hat sich da unten rein teleportiert kommen ich habe eigentlich keine zeit für so späße komm her du so jetzt aber kann ich jetzt raus nervig okay Jetzt wieder eine Ender-Chess, können wir mal wieder was reinschmeißen. Stirb! So. Komm, komm. Ja, das End hat es schon in sich. Da muss man ein bisschen wissen, was man macht. So einfach geht das nicht. Ah, hier hat es nichts mehr. Okay. Dann gehen wir wieder nach Westen weiter. Aber ich muss sagen, macht einfach jedes Mal Laune. End macht immer Laune. Ich weiss nicht warum, aber es macht Laune. Ich glaube, der Zeitfaktor spielt da auch noch mit rein. So da nicht unbegrenzt. Heute ist es ein langer Flug. Wie viele Blöcke bist du denn schon? Ich habe jetzt zwei Festungen, glaube ich, schon gefunden. Und bin bei 5000. Und hier die dritte. Oh, mit drittes Schiff. Geil. Gleich mal ins Schiff rein da. Wee. 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 ja dann gehe ich jetzt mal rüber nutzen wir die gelegenheit wenn ich schon fliege wo sind da die kisten da liegt das zeug so nach echt ich wusste es ich wusste es ja gut ist nix spezielles hier gehen wir weiter wegen dem bisschen gold da mache ich jetzt kein fass auf wobei ich brauche gold zum essen jeder hat auch nichts lassen das für eine lahme festung schon da unten war ich noch nicht genau da rein da rein rein in die olga da hat es auch nix langweilige festung aber jetzt wo du tot bist wenn ux kannst du ja einem profi zuschauen wie es kräfte ja klar ja direkt vor die schalke viel spaß ist und südwesten da da ist westen und schon eine festung geht noch oder und schon mal ja 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 du wolltest dir ein drachenei kaufen ja musst du halt mit farmen kannst du auch sehr viel sehr viel geld sparen und dann kannst du dir schnell eins kaufen geht nicht so lange wieder eine festung hat es da hier auch ein schiff nee ohne schiff wäre auch zu schön gewesen da sieht es aus als jetzt nichts drin und hier auch nicht ja geil ja kann gut sein die festung sieht eh nicht so cool aus aber wir haben ein paar schalke ja wo sind sie denn ja jetzt teleportieren sie die sich immer weg da ich will die schalke ich will sie schalke schade meine ne ein timer wäre schon geil können die hier nicht ein timer einstellen wow der erste hat bei alphi hat schon alle alle super vier krass das ist echt krass er hat doch geschummelt und wir mussten schnell auf klo stimmt ja deathcrafter jetzt bin ich schon weg wenn ich dich jetzt teleportieren dann bist du in der luft und fertig finito äh deathcrafter kannst du nachher mal kurz entweder direkt zu tiger oder kommst du zu mir kannst du auch dann können wir da tigers equipment wieder tauschen ja du sagst eh bald auch mal kurz ne ja wahrscheinlich ja 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 okay ja 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 das ist mal war nicht so viel reparatur dabei glaube ich eisen reparatur hose ist auch reparatur oder dort hat sich wirklich gegönnt eine reine reparatur hose ist auch geil die kann man gut für die bieten rüstung brauchen hier habe ich schon mal deinen helm was ist los du hast dich sicher gegönnt im end hast du was gutes gefunden am ende ausgeführt bei mir war er so mittelmäßig zwischen mittelmäßig ist so toll es wird doof gewesen eine elitra fürs retten die picke ja ich habe keine picke mehr ja ich habe keine picke bei mir war ist sie nicht hast du noch nicht behutsamkeit picke das wäre das kleinste übel wieso sollte ich geben mir sagt ja keiner dass das games wollte nur fragen ob du noch hast manchmal geht es auch unter unter dem ganzen zeug sollte ich habe ja auch picken und so habe ich habe hier nur die eisen picke aber nichts mehr okay dann ist sie weg ciao jetzt Bis zum nächsten Mal.